Hitler und Tojo flohen in einem U-Boot um die ganze Erdscheibe bis nach Ghana, wo sie sich bis zum heutigen Tage aufhalten. Die Macht haben wir in Ghana gewonnen. Nun gilt es, das ghanaische Volk zu gewinnen. Sind Hitlers und Tojos Ghan-Aria noch zu stoppen? Die Ghan-Aria, weißt du, die haben uns A-Griffe. Es ist furchtbar. Entschuldigen Sie bitte, ich heiße Horst. Denn jeder weiß, es gibt keinen Kung-Fu-Style, der unseren Schlangen schlau schlagen kann. Ja, nein, Meister. Nein, Meister! Du Unmensch! Ich werde dich vernichten! Sag mal, hast du eigentlich von diesem neuen Turnier gehört? Von einem Ado, Ado, Adolf Hitler? Das ist wie Selbstmord. Die Kämpfe dort gehen bis zum Tod. Und das japanische Karate ist zu stark. Ja, hier. Ja, hier. Ich liebe dich so sehr.